Hallo, ich bin Elie Nix und das ist der siebte Part meiner Sims 4 Love Island Challenge. Viel Spaß! Das ist das Finale unserer Challenge. Das heißt, wir haben insgesamt vier Couples und heute wird entschieden, wer gewinnen wird. Dabei werden unsere Pärchen in vier Challenges gegeneinander antreten und wer da insgesamt eben am meisten Punkte ergattert, der hat gewonnen. Und jetzt starten wir in die Challenge rein. Die Challenges, in denen unsere Sims heute gegeneinander antreten werden, ist erstens eine Kreativ-Challenge, zweitens eine Sport-Challenge und drittens eine Spiel-Challenge. Und die vierte, die nenne ich ganz einfach sieben Minuten im Himmel und was da passieren wird, das werde ich euch später näher erzählen. Das erste Part, das noch im Rennen ist, das sehen wir direkt hier. Das ist unsere Olivia und unsere Elle. Die beiden können eigentlich gleich mal ein bisschen miteinander flirten. Ich hoffe, jetzt wird nicht wieder irgendwer eifersüchtig oder irgendwer kommt und ohrfeigt irgendjemanden. Wir haben hier ja tatsächlich schon alles gesehen. Das zweite Pärchen, das wir haben, das ist unser Tony und unsere Zoe. Das ist unsere Zoe und hier haben wir unseren Tony. Die beiden sind tatsächlich schon seit Anfang an dabei, also seit Woche eins. Dann haben wir noch Lou und Mia. Die beiden sind auch ein Paar, wobei die sind eher zwangsweise ein Paar. Also ich weiß gar nicht, ob die sich so gut kennen. Deshalb werden wir schauen, ob das dann heute überhaupt noch zu irgendwas führt von den beiden. Weil wie wir hier sehen, sie haben nur 18% Freundschaft. Also sie kennen sich wirklich fast gar nicht. Und unser letztes Paar ist Clara und Mandy. Ich weiß auch nicht, wie die beiden sich verstehen. Clara und Mandy. Ja, es geht. Also sie haben ein bisschen romantische Leiste und ein bisschen Freundschaft. Grundsätzlich sieht es jetzt bei den Challenges so aus, dass die erstplatzierten 40 Punkte bekommen, die zweitplatzierten 30, dann 20 und dann 10. Und das gibt es eben für jede der ersten drei Challenges. Und die Werte von den Pärchen werden immer zusammengezählt, weil sie eben als Pärchen bei der Challenge antreten. Das heißt, jedes Paar kann maximal 40 Punkte erreichen und mindestens 10 Punkte in jeder Challenge. Und unsere erste Challenge ist jetzt, dass alle ein Gemälde malen. Jeder von ihnen malt jetzt ein großes, klassisches Gemälde. Wenn die Gemälde fertig sind, sehen wir uns an, welches am meisten Wert ist. Und dann rechnen wir eben den Betrag des Paares zusammen und schauen, was insgesamt am meisten Wert ist. Und je nachdem bekommen sie dann eben die Punkte zugeteilt. Okay, Olivia ist schon fertig. Clara ist auch schon fertig. Ähm, Tony, könntest du aufhören zu plaudern und würdest bitte einfach weitermalen? Das wäre echt cool. Lou braucht 100.000 Jahre gefühlt. Ach, was ist denn mit euch? Könnt ihr nicht ein bisschen schneller malen? Alle haben jetzt fertig gemalt. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Das Bild von Olivia ist 600 Simoleons wert. Das ist echt viel. Das von Elle ist 108 wert. Dann haben wir das von Tony. Das ist 226 wert. Das von Zoe 128. Spannend, obwohl beide genau gleich aussehen. Dann haben wir das von Mia. Das ist 106 Simoleons wert. Das von Lou ist nur 76 wert. Wieder spannend, weil auch beide gleich aussehen. Das von Clara auch 76. Und das von Mandy 122. Warum flirten die denn jetzt? Ihr seid doch kein Paar. Olivia und Mandy sind kein Paar. Ähm, ja. Die beiden sind ein Paar gewesen. Olivia und Elle. Aber irgendwie sieht es so aus, als hätten sie nicht so Bock aufeinander gehabt. Warum tut ihr das denn immer? Es ist die letzte Woche. Ihr müsst einander gern haben. Warum seid ihr nicht treu zueinander? Aber gut. Die erste Runde ist vorbei. Und auf dem letzten Platz, mit 182 Simoleons, sind tatsächlich Mia und Lou gelandet. Mia und Lou. Das waren ihre Bilder. Sie haben beide tatsächlich das gleiche gemalt. Aber es hat die KäuferInnen leider nicht überzeugt. Die Qualität von beiden Gemälden war schlecht. Und vor allem schlechter als die anderen. Das heißt, unser erstes Pärchen, das 10 Punkte bekommen hat, sind Mia und Lou. Auf dem dritten Platz haben wir Clara und Mandy. Das sind die Bilder von Clara und Mandy. Mandys Bild war 122 Simoleons wert und das von Clara 76. Man merkt eindeutig, Mandy hat sich mehr bemüht. Aber sie konnte das Schlamassel leider nicht verhindern. Sie sind auf dem dritten Platz und bekommen somit 20 Punkte. Am zweiten Platz haben wir Tony und Zoe. Beide haben das gleiche Gemälde gemalt. Das von Tony ist 226 wert und das von Zoe 128. Somit bekommen die beiden 30 Punkte. Und die Gewinner unserer ersten Challenge sind Olivia und Elle. Olivias Bild war nämlich tatsächlich 600 Simoleons wert und ist von ausgezeichneter Qualität. Das von Elle ist zwar von schlechter Qualität und nur 108 Simoleons wert, aber um ehrlich zu sein, noch immer besser als die meisten der anderen. Und so haben sie 40 und sind somit auch in Führung. In der nächsten Runde werden unsere Sims auf diesen Kletterwänden klettern und wer als erstes aufgibt, hat verloren. Damit es ein bisschen übersichtlicher für uns ist, habe ich nur vier Kletterwände besorgt und es wird zwei Runden geben. Und die erste Runde im Klettern, die startet jetzt. Bin schon wirklich sehr gespannt, wer von ihnen als erstes aufgeben wird. Bis jetzt sieht es gut aus. Oh nein, Zoe wäre fast gestürzt und Clara wäre fast gestürzt. Okay, die erste Person, die aufgegeben hat, das ist die Mia. Mia, du bist disqualifiziert. Warum bist du auch abgesprungen? Da kann ich wirklich nichts dafür. Das heißt, für diese Runde hat Mia schon mal nur 10 Punkte. Natürlich könnte Lou sie rausreißen, wenn Lou dann eben mehr Punkte erhält. Aber das wissen wir jetzt noch nicht. Mia ist jetzt auf jeden Fall mal weg. Im Rennen haben wir noch Olivia, Zoe und Clara. Ja, Mia macht trotzdem noch weiter, aber sie hat verloren. Wir wissen es alle. Mia, geh doch bitte einfach weg. Dankeschön. Und dann hat leider auch Zoe verloren. Oh nein. Das bedeutet, Zoe hat für diese Runde nur 20 Punkte erhalten. Aber wie natürlich auch bei ihrer Kollegin Mia, könnte sie ihr Partner noch rausreißen. Nun haben wir nur noch zwei im Rennen. Olivia und Clara. Wer wird die zweite Runde gewinnen? Hey, sie haben beide aufgehört. Das war gleichzeitig. Beide sind am ersten Platz. Das heißt, beide bekommen jetzt 40 Punkte. Dann ist das Ganze auch ein bisschen spannender. Also dann haben wir jetzt in der ersten Runde Mia hat 10 Punkte bekommen. Zoe 20 und Olivia und Mandy beide 40. Gut, dann könnt ihr schon wieder gehen. Und nun geht das Klettern in die nächste Runde. Nun treten gegeneinander an. Elle, Tony, Lou und Mandy. Ich bin schon sehr gespannt, wer hier gewinnt. Das coolste Sportoutfit hat meiner Meinung nach schon mal Lou. Das sieht echt großartig aus. Aber Lou und Tony werden beide schon fast runtergefallen. Oh nein. Und als erstes aufgegeben hat Elle. Ich verstehe auch nicht ganz, was mit denen los ist. Elle, das war es jetzt von dir. Lou hat aufgegeben. Nun ist auch Lou rausgefallen. Und Lou hat jetzt 20 Punkte bekommen. Ihre Teamkameradin Mia hat zuvor leider tatsächlich nur 10 Punkte bekommen. Bei den beiden sieht es nicht so gut aus. Und jetzt hat Tony auch noch aufgegeben. Das heißt, Tony ist am dritten Platz. Das bedeutet, er hat 30 Punkte. Und Mandy hat mit 40 Punkten gewonnen. Dann sehen wir uns das Ganze jetzt gleich mal genauer an. In der zweiten Runde hat Olivia 40 Punkte geholt und Elle 10 Punkte. Das bedeutet, sie als Paar haben insgesamt 50 Punkte beim Klettern geholt. Zoe hat 20 Punkte und Tony 30. Das bedeutet, die beiden haben auch 50 Punkte. Mia hat 10 Punkte und Lou 20 sind insgesamt nur 30. Und die beiden hatten auch in der ersten Runde nur 10 Punkte. Also für Mia und Lou sieht es tatsächlich nicht ganz so gut aus. Und Clara und Mandy haben beide tatsächlich 80 Punkte. Das ist verdammt viel. Und jetzt haben wir noch die letzte Runde. Das ist die Weck das Lama nicht Runde. Auf die freue ich mich auch schon. Also Olivia wird jetzt spielen gegen Tony, Lou und Mandy. Die vier werden jetzt spielen und dann werden wir auch wieder sehen, wer hier am besten dran ist. Ich bin gespannt, wer den Turm zum Einstürzen bringt. Olivia spielt jetzt gegen Mandy, der sehr kalt ist. Außerdem gegen Tony und noch gegen Lou. Und Mandy hat den Turm zum Einstürzen gebracht. Das heißt, Mandy bekommt für diese Runde schon mal nur 10 Punkte. Mandy, du darfst jetzt leider nicht mehr mitspielen. Tut mir wirklich leid. Geh weg. Und Lou, Tony und Olivia spielen jetzt nochmal gegeneinander. Und dann werden wir sehen, wer diesmal verliert. Und Tony hat verloren. Das heißt, für diese Runde hat Tony jetzt 20 Punkte bekommen. Und Olivia und Lou werden jetzt gleich nochmal gegeneinander antreten. Ach, sie spielen sogar noch. Perfekt. Wer wird gewinnen? Olivia oder Lou? Tony hat schon mal nur 20 Punkte bekommen. Und unsere Mandy nur 10 Punkte. Und jetzt werden wir sehen, wer gewinnt. Lou hat verloren. Das bedeutet, Lou bekommt für diese Runde 30 Punkte. Und Olivia bekommt 40. Olivia ist echt gut. Also Olivia ist irgendwie in allen Challenges gut. Ich weiß auch nicht ganz warum. Aber sie kann irgendwie alles. Und jetzt müssen gegeneinander antreten Mia, Elle, Zoe und Clara. Und Zoe hat verloren. Zoe, es tut mir leid. Du bist nicht mehr dabei. Bitte geh weg. Und Zoe hat für diese Runde jetzt nur 10 Punkte bekommen. Und Elle hat gleich verloren. Elle, das tut mir wirklich leid. Du bist jetzt draußen. Bitte geh weg. Und Elle hat jetzt 20 Punkte. Wer wird gewinnen? Und Mia hat verloren. Das heißt, Clara geht als Siegerin hervor. Das bedeutet, Clara hat 40 Punkte bekommen. Und Mia 30. Das heißt, bei Weck das Lama nicht, sieht es bei unserem ersten Paar so aus, dass Olivia 40 Punkte hat und Elle 20, was insgesamt 60 Punkte bedeutet. Zoe hat nur 10 Punkte geholt und Tony nur 20. Das sind insgesamt tatsächlich nur 30 Punkte. Mia hat 30 geholt und Lou ebenfalls. Die beiden haben auch 60. Und Clara hat 40 geholt und Mandy 10. Das heißt, die beiden haben 50 Punkte. Am wenigsten Punkte haben Zoe und Tony. Das heißt, die beiden bekommen tatsächlich nur 10 Punkte für diese Runde. Am vorletzten Platz mit 50 Punkten sind Clara und Mandy. Die bekommen also 20. Und wir haben zwei Erstplatzierte, nämlich Mia und Lou und Olivia und Elle. Und die beiden bekommen 40 Punkte. Und jetzt haben wir tatsächlich nur noch eine Challenge offen. Und diese letzte Challenge, die ist etwas ganz Besonderes. Die letzte Challenge nennt sich nämlich Sieben Minuten im Himmel. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Spiel kennt. Das ist so ein Teenie-Spiel. Und bei dem wirklichen Spiel geht es darum, dass man mit jemand anderem für sieben Minuten in einem Schrank verschwinden muss und dann sich halt küssen muss oder keine Ahnung. Wir haben was viel Besseres an einem Schrank. Wir haben diesen Datingraum. Und da werden wir die Pärchen dann jeweils für sieben Stunden einsperren und sehen, was sie miteinander machen oder ob sie überhaupt etwas miteinander machen. Denn wir werden uns das einfach nur passiv anschauen. Wenn sie normal miteinander interagieren, sind das 10 Punkte. Wenn sie flirten, sind das 20. Wenn sie sich küssen, ist das 30. Und wenn sie Techtel-Mächteln, ist das 40. Das heißt, sie können von 0 Punkten bis zu 40 Punkten alles erreichen, je nachdem, für was sie sich entscheiden. Unser erstes Paar, nämlich Olivia und Elle, sind jetzt im Datingzimmer eingesperrt für sieben Stunden und werden jetzt Dinge miteinander machen. Und je nachdem bekommen sie dann Punkte. Und dann schauen wir mal, was sie so machen. Sie unterhalten sich miteinander. Das heißt, sie haben schon mal 10 Punkte. Oh, sie haben geflirtet. 20 Punkte. Mehr ist nicht passiert. Und als nächstes Pärchen haben wir Zoe und Toni. Es geht los. Man weiß halt nicht, was zwischen ihnen passiert. Es kann auch sein, dass sie gar nicht miteinander interagieren. Dann bekommen sie 0 Punkte. Das weiß man nie so genau. Okay, sie sprechen zumindest schon mal miteinander. Und Zoe dehnt sich jetzt. Also 10 Punkte haben sie schon mal, weil sie haben zumindest miteinander interagiert. Sie flirten. 20 Punkte. Sie sind schon mal gleich auf mit dem ersten Team. Das hat ja auch nur 20 Punkte bekommen. Ob sie sich noch küssen oder ob sogar noch mehr passiert. Okay. 30 Punkte. Sehen wir auch ein Techtelmechtel? Ein Techtelmechtel ist sich nicht mehr ausgegangen. Das heißt, beide werden das Zimmer jetzt wieder verlassen und müssen Platz machen für das nächste Paar. Und als nächstes sind Mia und Lu dran. Wie immer, wenn sie normal miteinander interagieren, dann sind das 10 Punkte. Flirten 20, küssen 30 und Techtelmechtel 40. Bis jetzt stehen sie nur da. So halb ineinander. Ähm, und Lu möchte ein Nickerchen machen. Jetzt sind sie tatsächlich in anderen Räumen. Oh wow, oh mein Gott, in der letzten Stunde geht sie hin und plaudert mit ihr. Sie haben zumindest 10 Punkte. Ihr habt noch 30 Minuten Zeit. Geht ihr jetzt schnell Techtelmechteln oder ihr nicht? Ich glaube leider, mehr geht sich nicht mehr aus. Aber sie denkt doch an Techtelmechtel. Frag sie einfach, dann würdet ihr 40 Punkte bekommen. Okay, das war's. Die beiden haben 10 Punkte. Jetzt haben wir tatsächlich dann auch noch mehr ein Paar. Und zwar Clara und Mandy. Und die beiden kommen als nächstes in den Datingraum. Und dann schauen wir, ob zwischen den beiden vielleicht mal mehr passiert. 10 Punkte haben sie schon mal, weil sie miteinander plaudern. Uh, sie flirten. Sie haben geflirtet. Das sind 20 Punkte. Sehen wir noch einen Kuss in den letzten Stunden oder vielleicht sogar ein Techtelmechtel. Dann könnten die beiden vielleicht sogar gewinnen. Sie haben 20 Punkte. Zumindest haben sie miteinander geflirtet. Also besser als Mia und Lou waren sie alle mal, aber nicht so gut wie Zoe und Tony. Und nun sind alle Challenges vorbei. Und wir sind am Finale unserer Love Island Challenge angelangt. Hier haben wir nochmal die Kandidaten und Kandidatinnen. Olivia und Elle, Tony und Zoe, Lou und Mia und Clara und Mandy. Sie alle haben sich heute gut oder auch weniger gut geschlagen. Das werden wir jetzt gleich sehen. Als erstes werde ich nun verkünden, wer am letzten Platz ist. Und zwar, das Team, das am letzten Platz ist, hat in der ersten Runde 10 Punkte geholt, in der zweiten Runde 10 Punkte, in der dritten Runde aber 40 und in der letzten Runde wieder nur 10. Ich glaube, ihr alle wisst, wer am letzten Platz ist. Das sind Mia und Lou. Die beiden, die ja nicht mal wirklich miteinander gesprochen haben. Also, um ganz ehrlich zu sein, die beiden hätten den Sieg auch nicht wirklich verdient gehabt. Aber trotzdem wurden sie Platz 4. Und jetzt kommt tatsächlich etwas, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Denn wir haben keinen dritten Platz, sondern nur einen ex-equo-zweiter Platz. Das bedeutet, ich werde jetzt gleich den Sieger bzw. die Sieger verkünden. Aber die, die gewonnen haben, haben in der ersten Runde 40 Punkte ergattert, in der zweiten 30, in der dritten wieder 40 und in der letzten 20. Wer hat wohl gewonnen? Clara und Mandy, Tony und Zoe oder Olivia und Elle? Wer hat gewonnen? Ich mache das jetzt ganz dramatisch. ganz dramatisch und gewonnen hat mit 130 Punkten. Olivia und Elle. Applaus für die beiden, sie haben gewonnen. Und so kommt unsere Love Island Challenge zu einem Ende. Falls auch du dich gern mal an einer Community Challenge beteiligen möchtest, schau auf jeden Fall auf Twitch vorbei. Dort wird es noch jede Menge von diesen geben. de full die